So, die beiden Jungs, die kriegen genug von Training auf die schiefen Tischtennisplatte. Unsere Hansi und unsere Haie, die machen das schon gut. Fleißige Jungs, alles klar, wunderbar. Hansi, ich weiß nicht, er ist ein bisschen wild am Ball in der letzten Zeit. Aber ein Nationalspieler aus Finnland, ich sag, den soll der immer bringen. Bisschen länger, der muss länger spielen, den führt die Spielpraxis. Und bei Heil weiß ich nicht, wie das weitergeht, ich weiß nicht, wie lange er Vertrag hat. Aber sonst, ich freue mich immer, wenn die Jungs noch bitte nach dem Training hier was machen. Die sind richtig ballgeil, die beiden, so muss das sein. Und dann natürlich, ich will euch eins sagen, Daumen drücken, Sonntag, Daumen drücken, bis ihr Räume habt, alles klar. Wir müssen da gewinnen, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen und dann wird zusammengerechnet. Ich tippe auf die Relegation, alles klar, tschüssi, nur noch Hausaufgaben, tschüss. ARDorf